Na Männer, alles klar? Na, ich werd ja wohl nochmal fragen dürfen. Ja, jetzt dürft ihr mal raten, wo ich hier gelandet bin. Die Straße ins Nirgendwo mit den weltberühmten Bauten. Ja. Ja, das Update ist noch Under Construction und wenn ihr euch mal gefragt habt, wie so ein Hafen Under Construction aussieht, habt ihr gedacht, da sind Gerüste oder da wird gerade was hochgezogen? Nein, 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 nein. Hier sehen wir den alten Schweden und eine, ja, große Plattform, wo man was aufstellen kann. Ne, so eine große Spielwiese. Wo man eigentlich was Schönes bauen könnte. Aber das, das ist hier noch nicht so weit. Eine merkwürdige Betonfläche. Ja, komische Begrüßung für uns. Kein Empfangskomitee, nix. Wir konnten hier einfach einlaufen. Und ab und zu wurden wir auch beschossen. Aber, äh, seht ihr in der Hafenverteidigung? Also ich nicht direkt. Aber tatsächlich, ab und zu fielen ein paar Schüsse. Also, haha, vielleicht, naja. Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht, oder wie war das? Ne, trotzdem schön hier. Es ist interessant. Also, ne, wir haben uns natürlich auch mal die Stadt angeschaut, wenn wir hier schon anlegen. Die kennt man ja. Alles sehr prägnant. Ich finde das nur suspekt, dass keine einzige Dönerbude zu sehen ist. Achso, die gab's ja noch gar nicht zu meiner Zeit. Da gab es doch das anständige deutsche Pausenbrot. Das genügte. Ich habe euch Wasser und Brot versprochen. Vom Belach war keine Rede. Aber immerhin, Vögel sieht man, ne? Die Richtung Süden ziehen. Nicht schlecht. Ja. So sollten wir das nochmal in Erinnerung behalten. So sah das alles noch vor dem Update aus. Alles noch an der Construction. Aber immerhin, die U-Boat-Entwickler geben sich ja Mühe und machen wenigstens was. Es gibt auch Spiele, die, äh, die wurden nie so richtig fertiggestellt. Bis heute nicht. Will ja keine Titel nennen. Hahaha. Genau. Wir sind auf Island. Das habt ihr schon erraten, ne? Das konnte man schon sehen, so an der Stadt. Dann Straßenformationen und so. Ich dachte, ich fahre hier einfach mal her. Und irgendwann wiederhole ich das nochmal. Nämlich, wenn das erste Update gezündet ist. Und dann gucken wir einfach mal. Dann vergleichen wir einfach mal. Und dann erinnern wir uns zurück, wie öde und schnöde das mal war. Obwohl ich das irgendwie lustig fand, ne? Dass man sich das so anguckt, ne? Haben sie eben den Hafen so ein bisschen vergessen. Oder vergessen, das Under Construction-Shilter aufzustellen. Ja, wir sind auf Kaperfahrt. Wir sind wieder Richtung England zurückgefahren, weil, ne? Ihr wisst ja. Da ist mindestens ein bisschen was los im Churchillland, ne? Churchill sorgt schon dafür, dass da ein bisschen was los ist. Ja, Flugzeuge, es gab wirklich Passagen. Also, äh, da kamen die Flugzeuge in Moskito-Schwärmen an. Und, ja, hatte ich auch keine Lust, mich mit denen anzulegen. Bringt sowieso nix. Wir gucken lieber, dass wir so kleine Konvois oder wie dieses hier, so ein kleines Einzelschiff. Da kümmern wir uns gerne drum. Alles, was Tonnage bringt, ist gut. So, massive Rauchsäule. Ja, kein Wunder, wir haben das Schiff ja auch gerade wegtorpediert. Das ergibt schon eine Rauchsäule, ja. Haben sie recht. Ja, hier ist auch immer was los. Also, kleine Gruppen, große Gruppen. Es ergibt sich hier fast immer etwas. Ein kleines Kriegsschiff, aber da stehen wir gerade in einem denkbar schlechten... ...winkel. Ist auch wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ja. Dann schauen wir uns mal näher an, ob sich das lohnt. Ob wir dabei gehen. Und raus mit den allen. Das sieht nicht schlecht aus. Na bitte. Auf den Engländer ist Verlass. It's tea time. Immer für ein Brexit zu haben. Uiuiuiuiui. Naja, den Frachter müssen wir natürlich auch gleich mitnehmen, ne. Das ist ja... Versteht sich ja von selbst. Auch lustig, ne. Das war ein Zerstörer und ein Handelsschiff nur. Das ist so... Kein zusammenhängender Convoy. Alles nur so kleine Grüppchen. Aber vielleicht haben die sich auch gerade vorbereitet. Für den Atlantik. Ne. Das kann natürlich sein. Irgendwo müssen sie sich ja sammeln, die Convoys, ne. Das ist klar. Sieht cool aus, ne. Erinnert mich irgendwie an Titanic, ne. Vielleicht ein paar Schornsteine mehr und dann könnte das so eine Titanic-Szene sein, ne. Ach ne, stimmt ja nicht. Die hatten ja gar nicht so viele Rettungsboote. Ja, stimmt. Wenn man so ein Riesenschiff baut, ne. Da braucht man doch keine Rettungsboote. Das ist doch unsinkbar. Ha. Was wollen wir denn mit Rettungsboote? Ach. Ich sag ja, Rettungsboote... werden überbewertet. So, wir gucken mal, was da noch so im Dunst herumfährt. Hm, das schöne Prager schenken, ne. Oh. Da würde ich mir jetzt auch gerne eine Scheibe vom Abschneiden. Wir werden gesucht. Versucht uns einer ausfindig zu machen. Ja, genau. Hm. Hui, Silvester. Haha. Happy New Year. Ja. Sehr gut gemacht. Und ganz ehrlich, ich wollte eigentlich gar kein Video mehr machen, äh, vor dem Update. Weil, naja, ihr wisst schon warum. Aber, naja, ich wurde doch von meinen Stammguckern gebeten, trotzdem mal so eine Zwischenmeldung zu machen. Ja. Und dann dachte ich, ah, klar. Mach ich doch gerne. Ich spiel U-Boot ja auch gerne. Das ist wirklich einer meiner Hauptspiele und Hauptmotivationen. Kein Problem, mach ich gerne. Ich freu mich ja auch, äh, wenn ich so eine Rückmeldung bekomme von euch, dass euch das gefällt und dass euch das Spaß macht. Ihr kennt ja meinen Klamauk, den ich gerne mal dazu mache. Ja. Pssst. Haben sie gut dargestellt. Sehr schön. Jawohl. Ja. Das Feuerwerk brennt ab. Und was soll's? Das Update ist ja auch nicht mehr fern. Es soll sich ja im Sommer noch abspielen. Ich vermute, es muss irgendwann im August kommen. Also das denke ich mir. Ne? Vielleicht Anfang August, Mitte, Ende. Irgendwo da muss es ja kommen. Die erste Stufe, um vom Early wegzukommen. Anfänglich wollten sie das ja mit einem Update machen, aber so haben sie sich das aufgeteilt in zwei. Finde ich auch sehr vernünftig. Finde ich vom Playway äh, gut gedacht. Ne? Und sie lassen sich Zeit und feilen denn da dran und ich find das völlig in Ordnung. Juuuuh! Weg mit der Leuchtkugel! Eieieieiei! Was ist denn hier los? Das ist ja das reinste Effekt Feuerwerk. Ja, geil. Das ist schön. Das könnt ihr mir stundenlang angucken, ehrlich. Super! Der Orgasmus für jeden Kaloin. Jawohl! Übrigens ist das eine Zusammenstellung von meiner Kaperfahrt. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, meine Torpedos waren zwar komplett und vollständig, aber das ist eine Zusammenstellung. Eieieie! Ich dachte, das muss ich einfach mal festhalten. So was. Hä? So. Maria Magdalenas Schokoladen Orgasmus. Ne? So eine Zusammenstellung. Ihr wisst schon, ne? Ich hatte auch einige Passagen, äh, wo die Torpedos so überhaupt nicht machten, was ich wollte. Also, dämlicher kann das wirklich nicht sein. Also, wenn die Torpedos so schlecht waren, wie teilweise hier im Game, dann ist es kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben. Tatsächlich hatte die deutsche Marine ja auch am Anfang massive Probleme gehabt mit Torpedos und das zog sich auch fast bis Kriegsende hin. Es gab leider immer wieder Torpedo Versager oder Sonstiges. 10 Sekunden Das war aber kürzer als 10 Sekunden, ne? Naja. Das sind sowieso manchmal immer wieder so Fehlmeldungen, ne? Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Da gehe ich auf 30 Meter und dann sagt er 50 Meter und so weiter, ne? Oder Fehlschuss und dann trifft der Torpedo trotzdem, ne? Das sind immer noch so kleine ne? Ach! Kleine Buggies, die doch so ein bisschen abgefeilt werden müssen, ne? U-Boot ist sowieso für mich ein Rohdiamant. Ne? Da ist zwar schon, ja, die Grafik und so, das ist schon schön poliert worden. Ja, jetzt fehlt noch das das Gesamtbild fehlt jetzt einfach noch, ne? So die, ach, so die etwas störenden Kanten einfach mal abschleifen, einfach mal weg, einfach mal rund machen, ja, das ist das, was U-Boot fehlt. Rund machen. Der hat gerade seine Farbe gewechselt, habt ihr das gesehen? Von weiß auf farbig, man, so schnell möchte ich auch gern mal braun werden. Das ist geil. Ja! Das sind so die Momente. Ich bin da mal gespannt, ob sie das noch mal patchen, was die Besatzung anbelangt, die gerade getroffen worden ist. Ob sie das noch mal anders darstellen, wie sie in die Rettungsboote springen oder so, ne? Weil das ist irgendwie unnatürlich. Der steht da, äh, in Flammen und schweißt. Also, ich weiß nicht, ob das, he, 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 weil die Engländer sind schon abgebrüht, ne? Aber, ja, ich weiß nicht. Ja. Wollen wir mal gucken. Nicht, dass sich der Blitz beim Scheißen trifft, ne? Nochmal eine Stichflamme hinten raus und dann geht das ab. Das ist lustig. Wollen wir gucken, wie sich das entpuppt. Na, schweiß lieber nochmal, genau. Ne? nochmal die Luke dicht machen, bevor er absauft. Na, wenn das Wasser kommt, dann lösen sie sich auf. Das kennen wir ja. Gab's auch schon, hab ich auch schon ganz urige Szenen gezeigt, ne? Wie, wie der eine Typ, der unter Wasser raucht, also, das fand ich das Beste. Ja, die Entwickler haben auch nicht mit dem Kaloin Rammsteine gerechnet, dass der das so aufnimmt, ne? So genau wollte es noch keiner wissen. So, Freunde der Karibik, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich komme wieder, keine Frage, macht das gut, bis dahin. Lasst euch nicht unterkriegen, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.